Let's go! What? Das ist neu! Dass er seinen Lust sopfen auf sich und seine Buddy macht, zum heilen hatten wir noch nicht weg einfach so weitergehen ja wohin denn dünnig eis mein lieber weiß nicht ob du dir dünnes eis erlauben kannst ja weiter weiter geht auch weiter hier waren wir auch schon geh weg hier waren wir noch nicht ich auch hintenrum THUNDER! Oh Gott. Ach, fuck off, ey. Hä, warum hab ich denn kein Moment drum? Was soll... ja, eben! What the fuck? Glückwun, wer zu mir kommt, der Held, will mir ein kleines Souvenir! Wow. Ja! Hammer! Thunder! Hammer! Hammer! Ja! Oh no! Toll! Noch nicht noch was an... Oh, dieses Spiel, ey! Da! Stell dir mal vor, das ist das Spiel! Das ist einfach nicht mehr, ey! Ja, Mist! Ich will doch einfach nur hier... Das ist dein Ernst, warum kommt er denn das nicht mit? Blöder Affe! Ja, grüntal! Hammer benutzen, da haben wir schon! Danke! Kann ich mehr, ey! Ja, und da war das andere jetzt, ne? Okay, und wie hast du schon mal? Wirklich? Ich war hier schon mal hin? Ich bin weitergelaufen, wie du gesagt hast! New Hammer! Ja, eben! Wo gibt's die Hammer? Ah, nur... Wie viel muss ich mal so bezahlen, dass sie dir... Wenn sie dir das nächste Mal was kocht, einfach... Weiß ich nicht... Arsenwein mischt! Nerd, erzähl mir nen Witz an Holz! Morgen, Dave! Wo bin ich nix rein? Hallo, Lateback! Sag mal, um drei Uhr kommen die Leute! Was ist denn los mit euch? Warum haben Beamte eine Brille? Damit sie sich beim Einschlafen nicht mit dem Bleistift ins Auge stechen! Ich bin Beamter? Geil! Ich bin schon wieder! Dann haben wir die gefunden! Ne grüne! Ist das dein Ernst? Ich hab die sechs gefunden! Mir fehlen aber nur noch die zwei! Toll! Okay! Apropos Humor! Wegen Selfie! Der ist Postbeamter! Es soll die Briefe! Tudel! 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 Oh! Also machen sie nämlich nur noch einen Schaden. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Du sollst den lassen. Dev hat einen Minecraft-Server, auf den jeder kann. Sollen wir alle bei Dev-Stadt lachen? Wow. Keiles Feature aber. Schwumm. Was springen, ihr Affen? Okay, also wenn du nicht bei dem Stein, den du nicht Schrott kriegst, südlich gehst, dann findest du irgendwo die Hammer. Bist du schon versteckt. Da kriegst du sicher hin. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht, Arno. Ich hasse dich. Südlich. Du wirst mich im Grilltal hassen. Ich spiele dieses Spiel. Das ist schlimm genug. Wir haben es dir gesagt. Ja. Ich habe einmal auf dich gehört. Jetzt spiele ich dieses Spiel. Sehe ich aus, als würde ich nochmal auf dich hören, Arno. Denkst du, ich bin so doof? Oh, ich hätte auch hier abkürzen können. Toll. Geh weg. Ich habe nicht hier schon speichern können. Geh weg. Ich verabschiede dieses ganze Spiel. Komplette Franchise verabschiede ich. Wie gesagt, man hätte Nintendo direkt auf Haus und Hof verklagen sollen, als sie Donkey Kong als Arcade-Maschine rausgebracht haben. Das war schon genug. Ach nein. Da hätte man dem Ganzen ein Ende setzen sollen. Hallo. Wenn das nicht Mario und Luigi sind. Wie geht's? Wie steht's? Wir sind hierher umgezogen. Habe ich gemerkt. Die Zimmer sind größer und es arbeitet sich hier auch besser. Und? Seid ihr zufrieden mit unseren Hämmern? Wir können die Hämmer auch noch etwas solider machen. Wenn ihr wollt. Für lau. Hämmer solider machen. Ja. Also los, Bruder. Frisch ans Werk. So, fertig. Die Hämmer sind verstärkt worden. Du wirst super Hämmer erhalten. Einige der Felsen, die bisher zu hart waren, könnt ihr jetzt zerstören. Probiert die neue Kraft der Hämmer gleich mal aus. Kommt die Märiks nochmal wieder vorbei. Dann machen wir eure Hämmer noch etwas härter und besser. Mach halt gleich. Warum machen sie denn nicht gleich? Ich bin der verspielte Steinblock. Spielt mit für nur 200 Münzen. Das wollt ihr doch, oder? Oder nicht? Ist es? Verschwindet, bevor ich euch da quetsche. 200 Münzen, sag mal. Nur wenn ich kein Held bin, dann bin ich noch nicht reich. Dann habe ich morgen Abend noch das VOD. Kann ich... Warte mal. Ich glaube, das ist das einzige VOD, das ich offline nehmen werde. Einfach nur, um dich zu quälen. Weil du dann... Zwei Wochen warten musst, bis der Part auf YouTube kommt. Lass mich in Ruhe, geh weg. Dann zieh dich. So. Jetzt mal springen. Bonk. Mario, Luigi. Musik ist cool bisher. Der Stern da. Genau, der, der da. Weil sie nicht so gesund aus. Entschuldigt, dass ihr... Habt ihr lange warten müssen? Ja, fünf Stunden stehe ich hier schon. Es ist eben jetzt da drüben. Und seid ihr bereit? Passt mir bitte ganz, ganz gut auf. Prinzessin Peach auf. Hört mir jetzt nach zwei Minuten entführt. Wir kommen bald wieder. Also ihr zwei, los. Wir gehen nach Little Toad Town. Oh ja. Ach, die zwei Minuten nehme ich mir noch. Prinzessin, passt gut auf euch auf. Hab ich nicht vergessen, etwas Wichtiges zu sagen? Ja, genau. Genau. Mario, warte. Ach, zu spät. Why? Das kann doch nicht sein, oder? Wir sollten uns dabei belassen. Monarchie ist sowieso ein System, das nicht von Arsch ist. Die Monarchin ist tot. Wir wählen jetzt im Pilz. Ähm. Der Pilzrepublik. Ah, so schaut's aus, Pilz. Pilz Königreich wird jetzt der Pilz im Blick. Kaiisch. Mario, Luigi. Mario, ich wollte dir noch etwas sagen. Wenn die Prinzessin von der Bildfläche verschwinden, jetzt. Da kommen sofort Monster. Also lass Prinzessin Peach nicht aus den Augen. Wenn sie die Prinzessin so ein Vorwagen, dann sprich sie einfach darauf an. Ich habe ihr gesagt, dass sie dann ganz einfach die Richtung wechseln soll. Also, ich verlasse mich auf euch. Jo. Was? Okay, wir können hier weg. Oh Gott. Wir wählen jetzt im Pilz. Ja, Dave wählt ja den nächsten Pilz. Richtig. Ich finde, Bier ist sowieso die beste Demokratie. Ja. Rechts hoch. Nordbohren, okay. Ich... Muss ich die jetzt suchen gehen oder kann ich die einfach weglassen? Ich würde der Letzte das bevorzugen. Die Scherzen gehen wieder. Ich würde der Letzte nicht grünen. Ich würde der Letzte nicht grünen. Scheißspiele. Genieß die Ruhe. Fühle die Musik. Das ist schön. Ich habe keine nervige Peach bei mir. Echt ganz angenehm. Ach Gott. Danke dafür, dass du... Der Derfte Pilz steckt voller weißes. Hils ist ekelhaft. Widerliches Drecksgeriff. So, jetzt bin ich hier. Warte mal. Hier kann man das Gebiet verlassen. Wo bin ich dann? Aha, aha, aha. Am Strand. Das ist Schuh. Ich kann den auch nicht anschauen. Das ist ein Schiff. Da ist er von den Händen, oder? Nein, nein. Wir sind nicht. Nein, nein! Aber da ist ein Schiff. Wir sind nicht. Da ist ein Schiff. wie sind ich hasse diesen sprung mehr so dumm schade ich wäre jetzt gern auf das schiff gegangen da wie wieder nicht so ich bin woanders so meine hammer machen nicht mehr schaden in paper mario haben die hammer attacken wenigstens mehr schaden gemacht das ist ja frech also noch mal upgrade meine ich okay bett gut nachholz merkt ihr das schiff ist dafür zuständig das start switchen ist und nicht select select menü ist schlechte nacht waren entschuldigung fast vergessen jetzt hier bin ich gelbe drüber egal lass mal eingehen nein wo bin ich nur nee nee das ist da hinten das ist da es fuck off macht so keinen spaß war es ist dieses spiel so zu kotzen hat nichts gebracht immerhin sind verschiedene erdschichten zu sehen beim hochklettern warum tragen die gasmasken was machen die wenn die sie töten will und stoppen wir nicht okay kaktus hat viel hp gib heal gib heal oder prügel ich will peper mario wieder spielen peper mario ist halt einfach objektiv das bessere spiel ja 20 dinger vorhin gekauft spieler keine mehr übliche da müssen da auch ein bisschen fass was will ich damit sehr saft was will ich mit dem fass jetzt oh mein gott ich kann auch peper jumbos anbieten geht mir alle weg hier das ist das fast kaputt das ist dein oh mein gott Warum? ich bin jetzt einfach nicht und wenn ich auch getroffen ich hätte ja sind einfach liegen und g diese 100 hp oder ganz schnauze voll jetzt ist die neuesten ok und warum gar nicht ok m m ja 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 das gleiche das komplett nein ich merke später wie ich gebrochen bin von dem spiel einfach gott ja ist ja gut jetzt ich mal gesehen dass da treu ist egal wie ich mache die wichtig ich komme vorwärts glaube ich und speichern speichern ist gut was ja statt der trocken ja auf zu zudem ist das eine person was würde es ja für gespeichern ja funktioniert ja überhaupt nicht was der dev ist mittelsch ist mittelscher beliebt wie wird mittelsch was für ein ding was ist das schön wort ich weiß auch noch nicht mal wo peach ist hier ist ja keine karte mehr den aufzug brauchst du erst später ich will den aber jetzt das ist frech da oben ist nämlich die karte die ich will dann ist mir die karte da oben ich habe so kein plan wo ich bin ja okay da fangen wir mal nach links da sind wir da ist auch nichts liegt auf dem opferalter eigentlich nie jemand wo ist meine holle jungfer die geopfert werden soll die ich dann rette und dann bei mir bleibt aber wird peach auf so dem ding oh die wollen peach opfern für den den sandgott natürlich kann nicht mal kurz stehen bleiben auch das hier nagyon ich war hab ich reserv es ist ein das o o o o o o